Hi, wir sind Lig aus Nürnberg. Wir sind super happy, dass wir Teil des CO Pop Digital Festival sein dürfen. An der Stelle danke auch an Buy On. Das ist ein bayerisches Förderprogramm für KünstlerInnen und die ermöglichen uns, dass wir da sein können. Wir haben hier einen Eimer voller Thesen und da ziehen wir jetzt eine nach der anderen und schauen, wie wir darauf reagieren. Bist du die erste Ziel? Na, unbedingt. Melancholie ist eine kreative Kraft. 100 Prozent. Ja, man. Absolut. Der sadder, the better. Na ja, ich glaube, dass melancholische Sachen sind Sachen, die einen länger beschäftigen, oder? Also ich habe das Gefühl, dass sowas wie Freude immer ein bisschen kurzfristiger ist und dass das Melancholische was ist, was bleibt. Sonderzeichen im Bandnamen dienen nur dazu, um bei einer alphabetischen Auflistung vorne zu stehen. Ja, absolut. Ich meine, bei unserem Bandnamen, wo wir den thailändischen Rapper hatten, der auch Lig hieß, und dann mussten wir es doch kurz in eckigen Klammern schreiben. Die eckigen Klammern waren da, um bei Spotify die einzige Band zu sein, die Lig in eckigen Klammern heißt. Und dann haben wir aber gemerkt, dass man bei Facebook seine Künstlerpage nicht mit eckigen Klammern benennen kann und so weiter. Deswegen heißen wir jetzt auch Lig. Fun Fact, unsere Single Close-Ups ist tatsächlich unter einem falschen Interpreten Lig hochgeladen worden, weil es mehr gibt, die so heißen. Aber die Sache ist, wer weiß, wie man eckige Klammern macht. Ich muss da immer googeln. Alt, Gerriss, sieben und acht. Danke. Auf jeden Fall war dieser japanische Rapper echt gut und ich bin jetzt ein großer Fan von ihm geworden. Muss ich mal anhören. Oh, das ist schön. Barfuß musiziert es sich besser. Tim, die Fragen sind, glaube ich, gut auf uns zugeschnitten. Ich finde, Barfuß ist wie zu Hause. Man fühlt sich wohl beim Musik machen. Und es ist schon ein entspannter Vibe auf jeden Fall. Es riecht auch sehr heimelig. 2020, bestes Jahr, um ein Comeback zu planen. Ja. Ursprünglich schon. Hat auch gut geklappt. Man muss auch sagen, wir hatten ja auch viele Festivals und Konzerte. Und es ist natürlich schade, dass es abgesagt wurde. Aber ich denke, es geht jedem so gerade. Da kann man aber auch sehr vielen Veranstaltern dankbar sein, dass sie die Anheuerung von Leak, die dieses Jahr angestanden wäre, sofort auf nächstes Jahr bedingungslos übertragen haben. Das heißt, natürlich steht die ganze Szene still und die haben auch alle Interesse daran, dass nächstes Jahr wieder was geht. Und die Bands, die jetzt gerade in den Startlöchern stehen, stehen auch nächstes Jahr noch dort. Ich habe schon eine gezogen. Ach so, ja. Sorry. Umso besser. Soll ich jemanden fragen? Schwarz-Weiß ist das neue Bund. Und nee, kann man so nichts sagen. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, nur noch schwarz zu spielen, weil wir nicht durch unsere Outfits noch mehr Unruhe zwischen all den bunten Kabeln und so reinbringen wollten. Und weil man sonst immer aussieht, als wäre man so zusammengewürfelt, gerade von der Straße gepickt und auf die Bühne geworfen worden. Und so sehr ich das in meinem Alltag nicht unbedingt mache, finde ich, dass man sich für ein Konzertanlass, wo man für ein Publikum da ist, schon schick machen kann. Ja, außerdem ist es ja auch schön, dass man sich dann eher auf die Musik konzentriert, als auf die Outfits, die die Bandmitglieder anhaben. Weil jeder das gleiche Outfit natürlich dann hat als... Sogar die Füße sind fast schwarz. Sogar die Füße sind gleich auf jeden Fall. Jeder braucht mal einen Neuanfang. Auch Social Media Feeds. Oh shit. Mehr Shades. Wir sind richtig gut in Social Media. Ja, ich glaube, da äußert man es nicht, oder? Next one. Next one. Zeitdruck killt Kreativität. Absolut. Finde ich schon. Kreativität schon, ja. Aber Produktivität auf jeden Fall nicht. Wir sitzen jetzt gerade zu viert hier, weil unser Schlagzeug ja aktuell unterwegs ist. Und wir haben es jetzt in drei Tagen geschafft, mit jemandem neu in das Set einzuproben, worüber wir alle wahnsinnig happy sind. Aber Platz dafür, an den Songs was zu machen oder kreativ zu sein in dem Sinne, bleibt da natürlich nicht. Das ist dann wirklich nur das Muss sein. Und in drei Tagen muss das stehen. Und es steht. Das hört ihr gleich. Das war's von uns. Vielen Dank für eure Zeit. Viel Spaß bei uns am Set. Und viel Spaß noch bei CEO Pop Digital Festival. Bleibt gesund. Baba.